moin meine freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen video ja leute es kommt auf jeden fall auf als was zu und zwar bin ich mit dem server team schon seit ungefähr zwei bis drei monaten zugange einen server aufzubauen wir haben auch ein teamspeak da könnt ihr gerne drauf kommen ich auf jeden fall unten in der video beschreibung verlinkt und so gut auch eine webseite wo ihr euch auch für den server dann schon mal bewerben könnt für den teamspeak so auch wie für den server würde uns natürlich auch tatkräftig freuen für die unterstützung wer da vielleicht interesse hat zeit hat und bock dazu hat mit uns zusammen einen server aufzubauen wie gesagt schaut einfach auf der webseite da steht eigentlich meistens alles drin was ihr dafür benötigt ja gg leute wir haben auf jeden fall komplett das ganze equip was er hat wo wir sind voll aus dir das läuft auf jeden fall sehr flüssig naja wir versuchen einfach auf gut glück dennoch zu bekommen gg dann haben wir auch gg leute gg leute gg leute gg er ist auf jeden fall schön mit dem mit ausgelegt egal das wird mir eh nicht zu viel machen das ist mir da latte leute oh fuck nein 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 nicht mit mir nicht mit mir gg leute ich sage mal auf jeden fall diese runde war auf jeden fall mal eine nice runde aber wie ihr gesehen habt habe ich den leider nicht bekommen oder doch ich habe ihn bekommen oder ja gg ich habe gewonnen oder ich glaube schon ja oder nein ich weiß nicht aber egal ich stehe auf jeden fall da ich hoffe auf jeden fall dass es euch gefallen hat wenn ja dann gibt es auf jeden fall eigentlich nichts dazu zu sprechen mir einfach ein like da zu lassen und falls ihr noch kein abonnent seid dann abonniert doch diesen kanal das würde mich auch sehr freuen dann sage es mal ein bisschen tschau leute und macht's gut